Schön, dass wir uns auf diese Weise wiedersehen. Heute sind wir in Neunkirch, schon zum zweiten Mal, denn es gibt ein weiteres Instrument hier, das es sich anzuschauen lohnt. Es ist dieses E-Piano von Yamaha und es wurde im vergangenen Jahr angeschafft als Ergänzung des Instrumenten-Ensembles hier in der Kirche. Heute werde ich auch wieder improvisieren, allerdings in zwei nicht ganz gewöhnlichen Stilen, die nicht ganz so viel Verwendung finden wie andere Stile in der Kirchmusik. Es beginnt heute mit Impressionismus und danach kommt ein großer Kontrast dazu, das ist eher expressionistisch gedachte Musik und am Schluss werden wir wieder in gewohnter Manier das dritte Stück hören als impressionistischen Abschluss. Und dann sehen wir uns vielleicht schon nächste Woche wieder, mal schauen und auf jeden Fall wünsche ich schon mal viel Freude. und dann sehen wir uns vielleicht schon mal viel Freude. und dann sehen wir uns vielleicht schon mal viel Freude und dann sehen wir uns vielleicht schon mal viel Freude. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020